Hallo und herzlich willkommen hier bei Florosis Keto World, deinem Kanal rund ums Thema Ketose, ketogene Ernährung und exogene Ketone. Mit neuen Videos jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 12 Uhr. Wissens- und Kochvideos, einfach nur dein Kanal, alles was du wissen musst rund ums Thema Ketose. Ab 40 geht's nur noch bergab. Du bist 40 und willst abnehmen, kannst du sofort vergessen. Mit 40 schläfst du ein Stoffwechsel ein. Wenn du älter als 40 bist, dann wirst du dein Bauchfeld schon gar nicht mehr los. Hast du solche oder ähnliche Sprüche schon mal gehört? Hast du vielleicht selber das auch schon einmal gedacht und denkst dir, meine Güte, jetzt bin ich 40 oder sogar älter, jetzt kann ich es wirklich mit dem Abnehmen und der Sommerfigur vergessen. Das Leben ist vorbei, mit 40 wird alles schwerer und vor allem wird alles schwerer abzunehmen. Wenn du zu den Kandidaten gehörst, die sowas denken, dann solltest du jetzt unbedingt aufpassen, denn Abnehmen der 40 ist auf jeden Fall möglich. Es ist nicht ganz so einfach wie unter 40 und ich erkläre dir, warum Abnehmen ab 40 immer ein bisschen schwerer ist, woran es liegt und vor allem über was du tun kannst, damit es auch bei dir funktioniert. Denn es ist keine Ausrede, dass wir 40 oder älter sind und es nicht mehr schaffen abzunehmen. Denn jeder kann abnehmen, jeder kann seine Sommerfigur, seine Wohlfühlfigur erreichen und auch, man kann auch jenseits der 40 sein Bauchfett loswerden. Und wie das geht, das verrate ich dir heute. Ich werde dir erst ein bisschen erzählen, warum es eigentlich schwerer wird, ab 40 abzunehmen. Was soll die Sachen sind, die dazu beitragen, dass es dir schwerer fällt, mit 40 plus abzunehmen, Bauchfett zu verlieren und vor allem schlanker zu werden und es auch zu halten. Aber gleichzeitig gebe ich dir auch Tipps an die Hand, wie du es auch schaffst, jenseits der 40 abzunehmen, sodass du dich endlich wieder wohlfühlst und dass du wahrscheinlich in die Form deines Lebens kommst. Im Laufe des Alters bauen wir Muskelmasse ab. Das fängt schon ab 30 an, aber so um die 40 rum hat es dann tatsächlich echt den Punkt erreicht, wo wir immer mehr Muskelmasse abbauen und wo wir eben auch uns schwerer tun, unsere Muskelmasse zu erhalten. Muskeln werden weniger, entsprechend wird Fett mehr. Unser Gesamtverbrauch sinkt, denn je weniger Muskeln wir haben, desto geringer ist auch der Stoffwechsel bzw. der Grundverbrauch. Denn Muskeln verbrauchen ja auch Energie im Schlaf, mehr als Fett und entsprechend haben wir weniger Muskeln, haben wir auch einen geringeren Ruheverbrauch, den wir ja über die Muskeln an sich eigentlich erhöhen können. Deswegen der Verlust an Muskelmasse, der im Alter völlig normal ist und jedem passiert, nicht nur dir, keine Sorge, das führt zwangsläufig dazu, dass wir einfach weniger Kalorien in Ruhe verbrennen, weil Fett verbrennt einfach keine Kalorien. Entsprechend verändert sich ja unsere Körperkomposition. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Fett im Vergleich zu den Muskeln, deswegen sieht alles ein bisschen schlaffer aus und wir tun uns auch schwerer eben Muskeln aufzubauen, weil natürlich einfach auch die Muskelmasse immer mehr im Alter abnimmt. Das ist eines der Gründe, warum es schwerer wird, mit 40 abzunehmen. Ein weiterer Grund ist aber auch die Hormone. Oft ist es so, dass wir in der Prä-Minopause oder auch der Minopause, kommen ja unsere ganzen Hormone durcheinander bei uns Frauen. Wir Frauen sind eh total komplex, was Hormone angeht, aber wenn du in der Vorminopause oder auch in der Minopause drin bist, dann geraten deine ganzen Hormone in ein Ungleichgewicht. Meistens ist dann der Grund, dass entweder Frauen, die in der Per-Minopause, also in der Prä-Minopause sind, entweder zu viel oder zu wenig Östrogen haben. Diese hormonelle Disbalance führt zwangsläufig dazu, dass wir Fett auch kumulieren, beziehungsweise dass wir uns schwerer tun abzunehmen. Immer wenn die Hormone nicht in der Balance sind, dann wird das Abnehmen erschwert. Bei einer Östrogendominanz, beziehungsweise wenn einfach zu viel Östrogen im Vergleich zum Progesteron vorhanden ist, wie es oftmals der Fall ist, vor allem bei älteren Frauen oder auch Frauen, die eben, ja, sage ich mal, vorher schon viele Diäten ausprobiert haben, gerade dann auch viele Diäten ausprobieren, wenn es ab 40 nicht mehr so leicht geht, Körperfett zu verlieren, dann rutschen ganz viele in eine Östrogendominanz. Das heißt, Progesteron ist zu niedrig, Östrogen ist zu hoch. Es wird immer schwerer abzunehmen, weil einfach ein Östrogenüberschuss, eine Östrogendominanz eben auch dazu führt, dass wir vor allem auch Fett an den Oberschenkeln und am Po ansammeln und uns auch schwerer tun, dieses Fett loszuwerden. Haben wir allerdings zu wenig Östrogen und zu viel Progesteron, ist es genau das Gleiche. Dann fangen wir auch an, eher Körperfett einzulagern, anstatt Fett zu verlieren und wir tun uns immer schwerer mit dem Abnehmen. Das heißt, diese hormonelle Disbalance, die wir haben, die sorgt dafür, dass wir vor allem auch am Bauch Fett ansammeln und viele, die vielleicht auch schon auf die 40 zugehen oder über 40 sind, die stellen irgendwann fest, oh nee, also der Bauch ist gar nicht mehr flach, sondern ich fange tatsächlich an, am Bauchfett anzusetzen, was vorher nie der Fall war. Das ist alles hormonell bedingt und wenn wir es eben schaffen, uns so zu ernähren, dass unsere Hormone in der Balance bleiben, dann wiederum wird es auch leichter, ab 40 abzunehmen. Wenn du dich in der Menopause befindest, also in den Wechseljahren, dann kommt noch erschwerend hinzu, dass der Körper eben anfängt, weniger von den Sexualhormonen zu produzieren, dafür aber ergänzend mehr Insulin und mehr Insulin, naja, das führt eben zwangsläufig auch zu einer erhöhten Einlagerung. Das führt eben auch dazu, dass wir mehr Grillin, also das Hungerhormon eben auch produzieren. Denn entsprechend ist es so, dass wir da eben dann auch, ja, mehr Hunger, mehr Appetit haben, wenn wir in der Menopause sind, was eben dann auch dazu führt, dass wir wahrscheinlich mehr essen, mehr Heißhunger haben, mehr Gelüste haben und somit auch eben zunehmen. Das kann man aber alles durch die richtige Ernährung ausbalancieren. Aber dieses Hormonungleichgewicht, was eben leider auch passiert und was eben jede Frau erlebt, das macht es für Frauen ab 40 etwas schwerer abzunehmen. Ein weiterer Punkt ist eben auch das Thema Stress. Je älter wir werden, desto schlechter werden wir darin, mit Stress umzugehen. Es ist nun mal auch ein Phänomen, das mit dem Alter kommt. Das bedeutet auch, mehr Stress führt zu einer erhöhten Cortisolproduktion. Cortisol wiederum, das Stresshormon, das sorgt dafür, dass wir auch viel mehr Insulin ausschütten. Je mehr Insulin wir haben, Insulin ist wieder das Einspeichern der Hormon, desto mehr lagern wir ein, vor allem auch mit einem Überschuss an Cortisol, vor allem gerne in Form von Bauchfett eingelagert. Wir haben auch wieder diesen Stressbauch oder diesen kleinen Bauchansatz, den ganz, ganz viele Frauen ab 40 auch plötzlich erleben. Ein weiterer Faktor ist das Thema Schlaf. Je älter wir werden, desto schwieriger wird es auch mit dem Schlaf. Einfach, es geht nicht um die Länge vom Schlaf, sondern es geht um die Qualität des Schlafs. Und es ist eben so, wenn wir eine gute Tiefschlafphase haben, also wenn wir es schaffen, die Tiefschlafphase zu optimieren, dann wird es auch leichter mit dem Abnehmen, denn in der Tiefschlafphase findet die Fettverbrennung statt. Haben wir eine zu kurze Tiefschlafphase, dann kann die Fettverbrennung nicht richtig funktionieren. Schlafen wir nicht gut, werden wir oft wach, haben wir vielleicht auch einfach öftere Unterbrechungen in der Nacht, wird auch die Produktion von Hunger und Sättigungshormonen gestört. Das bedeutet, wir haben eine vermehrte Produktion von Grelin, wieder in dem Fall dem Hungerhormon. Wir haben über den Tag hinweg mehr Hunger. Jeder kennt das vielleicht, wenn man zu kurz schläft, wenn man schlecht geschlafen hat, dann kann man am nächsten Tag irgendwie auch alles Mögliche essen, weil einfach man viel mehr von dem Hungerhormon produziert. Das Sättigungshormon kann nicht richtig wirken. Entsprechend haben wir auch vermehrt Hunger, was eben dazu führt, dass wir auch mehr essen oder eben auch, naja, vielleicht nicht da ganz so die smarten Sachen essen und entsprechend dann auch, ja, vermehrt eben an Fett ansetzen. Schlaf ist sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Regeneration, aber eben auch für die Fettverbrennung, vor allem die Tiefschlafphase. Es gibt verschiedene Methoden, wie wir die Tiefschlafphase optimieren können. Dazu komme ich gleich, weil das ist dann einfach die praktische Umsetzung von dem, wie du es schaffst, auch jenseits der 40 Fett zu verbrennen. Unser Schlaf ist eben auch oft gestört, wenn wir Kinder haben oder wir müssen öfter auf Toilette, dann gibt es vielleicht diese hormonellen Ungleichgewichte, aber auch in den Wechseljahren zum Beispiel, wo wir dann auch irgendwie Nachtschweiß haben oder Hitzewallungen, die alles können den Schlaf stören. Hormonelle Disbalancen oder auch wenn die Hormone eben nicht ganz so im Gleichgewicht sind, dann hat das auch einen Einfluss auf unseren Schlaf. Zu viel Stress, Cortisol hat auch wieder einen Einfluss auf den Schlaf. Wir werden nachts oft wach, wir haben ein erhöhtes Stresslevel, wir können nicht so richtig schlafen, wir tun uns schwer mit dem Einschlafen und so weiter und so weiter. Das sind alles Gründe, die miteinander einhergehen, tatsächlich. Und je schlechter wir regenerieren, je schlechter wir schlafen, desto schlechter ist das auch für die Muskelmasse, für den Muskelerhalt. Ihr seht, das spielt alles irgendwo ineinander und das Ganze wird einfach ab 40 erschwert. Das ist einfach leider so. Aber wir sollten es eben nicht negativ betiteln, sondern auch als etwas Positives sehen, denn es gibt einiges, was wir tun können. Ein weiterer Grund ist auch noch, das beginnt allerdings schon ab 30, dass wir weniger HGH produzieren. Die HGH, also Wachstumshormonproduktion, geht ab 30 drastisch nach unten. Das bedeutet, wir produzieren weniger von dem Wachstumshormon, dem Anti-Aging-Hormon und auch dem Hormon, was eben beim Muskelaufbau hilft, Fettverlust hilft. Ja, davon produzieren wir einfach ab 30 weniger. Aber auch da gibt es ein paar Kniffe, wie wir die HGH-Produktion ankurbeln können. Die Frage, die du dir jetzt wahrscheinlich stellst, ist ja, aber was kann ich denn jetzt tun? Ich bin 40 oder älter und möchte gerne was für meinen Körper tun. Ich möchte mich wieder wohlfühlen, ich möchte wieder mich ansehen können im Spiegel und ich möchte endlich, endlich mal diese Fettpösterchen loswerden, aber halten sich total hartnäckig. Es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst. Natürlich muss man sich alles immer sehr individuell anschauen. Also jeder Mensch ist anders, nicht für jeden gilt das Gleiche. Man muss sich die Hormone individuell anschauen. Das bedeutet, alle Empfehlungen, die du hier bekommst, sind nur Richtwerte. Du musst selber ein bisschen ausprobieren, was für dich am besten passt. Was für jeden allerdings auch Sinn macht, egal in welchem Alter, ist Krafttraining. Krafttraining sollte vor Kardiotraining priorisiert werden. Ganz viele, vor allem Frauen, machen einfach den Fehler, in Anführungsstrichen, gut gemeinten Fehler, dass sie eben sehr viel Kardiotraining machen, um möglichst viele Kalorien zu verbrennen, gleichzeitig weniger essen. Das führt aber auch nicht dazu, dass wir ganzheitlich Muskeln aufbauen oder Muskeln erhalten und auch kein Fett verbrennen. Je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Fett wird verbrannt. Das bedeutet Krafttraining, ein Ganzkörpertraining, wo du wirklich den kompletten Körper trainierst mit Gewichten. Ja, auch schwere Gewichte kann einmal die HGH-Produktion erhöhen, die also Wachstumshormonproduktion, vor allem ganzheitliche Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben erhöhen eben auch die HGH-Produktion, was super ist, weil wir davon ja viel weniger produzieren, je älter wir werden. Und vor allem sorgen sie eben dafür, dass wir auch den ganzen Körper Muskeln aufbauen, mehr Fett verbrennen und in Kombination mit der richtigen Ernährung dann es auch tatsächlich schaffen, fettfreie Muskelmasse aufzubauen. Wir erhöhen unseren Ruheumsatz und damit tun wir unserem Körper schon einiges Gutes. Krafttraining ist übrigens nicht nur gut für die Fettverbrennung, sondern auch tatsächlich für die Knochenerhalt und die Knochenstruktur. Das bedeutet auch, je älter wir werden, desto pyröser werden die Knochen. Osteopyrose kann man eben auch mit Krafttraining zum Beispiel vorbeugen. Und deswegen ist Krafttraining ein super Tool, was man unbedingt machen sollte. Und ihr solltet idealerweise Krafttraining vor Kardiotraining priorisieren. Also lieber Kraft machen und nur selten, vielleicht einmal die Woche Kardiotraining, wenn überhaupt. Meist braucht es das gar nicht, um überhaupt Ergebnisse zu sehen. Training ist aber nicht die Prio, wenn es eben um eine Veränderung der Körperkomposition kommt. Nummer 1 ist immer die Ernährung. Ernährung ist wirklich das A und O, wenn es darum geht, dass du Fett verlieren möchtest, deine Körperkomposition verändern möchtest, Muskeln aufbauen möchtest oder einfach auch dich wohler fühlen möchtest. Wenn du jetzt in den Wechseljahren bist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Ernährungsform wählen, bei der wir das Insulin niedrig halten. Weil ich habe ja schon gesagt, dadurch, dass weniger Sexualhormone produziert werden, produziert der Körper mehr Insulin und deswegen, naja, sollten wir eine Ernährungsform wählen, die jetzt nicht unbedingt das Insulin im Körper, den Ausstoß von Insulin noch mehr triggert, sondern lieber eben eine Keto- oder Low-Carb-Ernährung in Kombination mit Fasten, um unser Insulin niedrig zu halten. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du jetzt in den Wechseljahren bist. Hast du noch einen hormonellen Zyklus, weiblichen Zyklus und bis vor den Wechseljahren, kann es dennoch Sinn machen, Low-Carb, Keto, eben hormonbalancierend einzusetzen. Das bedeutet, wenn du merkst, du hast eine Disbalance, zum Beispiel eine Östrogendominanz, dann kann es eben Sinn machen, dass du eben auch eine Keto- oder Low-Carb-Ernährung wählst und aber auch gezielt Kohlenhydrate einsetzt. Also Kohlenhydrate sollten wir nicht verteufeln, auch nicht ab 40 komplett Low-Carb zu machen, kann vor allem auch, wenn eine Östrogendominanz vorliegt, nicht unbedingt Sinn machen, denn Progesteron, das ist das Hormon, was einfach fehlt, wenn wir zu viel Östrogen haben, das braucht Kohlenhydrate, um gebildet zu werden. Also man muss natürlich die Hormone immer abchecken beim Arzt, bevor man jetzt irgendwelche Handlungsempfehlungen ausspricht, denn das ist für jeden individuell. Es kommt nämlich auch immer darauf an, wie hoch ist dein Stresslevel, wie sieht dein Cortisol aus, wie sieht es mit der Schilddrüse aus, wie sieht es mit den Sexualhormonen aus. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir da eben auch differenzieren, was sind die richtigen Handlungsempfehlungen. An sich kannst du eine Keto-Cycling-Form etablieren, damit machst du immer alles richtig. Das heißt, dass du einfach auch eine Phase, wo du dich Ketogen ernährst, ein bisschen strenger, mit einer Phase abwechselst, in der du dich eher Low-Carb ernährst. Also wichtig ist eben bei den Kohlenhydraten auch immer eine Wahl von langkettigen Kohlenhydraten. Was das für Kohlenhydrate sind, habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, das kannst du dir auch gerne nochmal anschauen, auch zum Thema Keto-Cycling, wie du das smart machst. Das ist etwas, was ich total empfehlen würde, um eben auch einfach mal die Fettverbrennung zu aktivieren, um mal wieder in Ketose zu kommen, aber auch, um dem Körper die Kohlenhydrate zu liefern, die er braucht für eine hormonelle Ausbalancierung und eben auch vor allem, wenn Stress da ist, um den Stress eben auch zu minimieren. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel Keto-Cycling im Einklang mit deinem Zyklus machen, das bedeutet, die ersten drei Wochen deines Zykluses eher Keto unterwegs sein und die Woche vor der Periode lieber mit mehr langkettigen Kohlenhydraten, um die Progesteronproduktion anzuregen. Wenn du in Wechseljahren bist, verhält sich das Ganze ein bisschen anders, denn dann kannst du tatsächlich auch länger Keto machen und dann kann es Sinn machen, auch längere Fastenphasen zu etablieren. Fasten ist generell ein super Tool, kann man auch gezielt einsetzen, sollte man aber auch wieder nicht permanent machen, also jetzt nicht jeden Tag Intervallfasten machen, aber was eben Sinn macht, ist zum Beispiel alle paar Wochen mal ein längeres Fasten von zum Beispiel 36 Stunden, 48 Stunden bis hin zu 72 Stunden. Warum ist das so? Auch hier triggern wir wieder die Ausschüttung von HGH, dem Wachstumshormon und vor allem, du kannst damit eben auch die Ketose nochmal hacken, die Fettverbrennung ankurbeln und eben dieser kurzfristige Stressor sorgt auch dafür, dass dein Stoffwechsel mal so richtig aktiviert wird. Fasten kann auch ein langfristiger Stressor sein, wenn wir jetzt permanent fasten, jeden Tag Intervallfasten machen. Du solltest auch eben, wenn du älter bist, dein Körper immer so ein bisschen triggern, schocken, indem du mal fastest, mal nicht fastest, indem du mal Keto machst, mal nicht Keto machst, aber natürlich ist die Lebensmittelwahl ausschlaggebend. Möglichst unverarbeitetes. Kein Zucker, wenig Alkohol, ja, ich weiß, das ist jetzt für viele wahrscheinlich hart, weil man trinkt mal gerne so einen Sundowner oder ein Gläschen Wein, aber alles halt in Maßen. An Kohlenhydraten, anti-entzündliche Kohlenhydrate wählen, glutenfreie Sachen, Milchprodukte auch, nur aus Weidehaltung oder zum Beispiel Schafs- oder Ziegenmilch, ne, hochwertiges Fleisch, viel Gemüse, ganz bunt essen, viele Gemüse- und Pflanzenstoffe, das ist eben was ganz, ganz Wichtiges. Man kann auch supplementieren, dazu komme ich dann gleich, richtige Supplementierung, kann nämlich auch Sinn machen. Vor allem eben, um die Hormone auszubalancieren, kann es Sinn machen, eine gewisse Supplementierung zuzunehmen. Dazu gibt es auch zum Beispiel so Adoptogene, das sind eben Pflanzenstoffe, Pilze vor allem, die man eben ergänzend hinzufügen kann. Hormonausbalancierte Adoptogene, also Pflanzenstoffe, sind zum Beispiel Mölkspfeffer, das wird sehr gerne eingesetzt, das wird vor allem auch bei PMS-Beschwerden eingesetzt, also Prämenstruellem Syndrom, also wenn du eben Beschwerden hast vor der Periode oder auch während deiner Periode, starke Schmerzen oder auch ein Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron. Sehr, sehr cool ist auch der sogenannte Cordyceps, das ist ein Pilz, der kann auch östrogenausgleichend wirken und hormonausgleichend gleichzeitig auch stressreduzierend, denn wenn du Stress hast, dann ist es noch, noch wichtiger, dass du möglichst viele Proteine zudernimmst, hochwertige Fette, kein Zucker, keine Snacks, keine verarbeiteten Kohlenhydrate, langkettige Kohlenhydrate, anti-entzündliche Kohlenhydrate bevorzugen und diese vor allem abends. Kohlenhydrate abends können nämlich auch den Schlaf optimieren. Schlaf ist ja auch so ein Faktor von den vielen, die ich am Anfang aufgezählt habe, die eben eine Rolle spielen, wenn wir eben auch älter werden und Schlaf kannst du eben optimieren, indem du zum Beispiel auch Kohlenhydrate gezielt am Abend einsetzt oder indem du zum Beispiel Magnesium am Abend nimmst, indem du vielleicht vor dem Schlafen dir nochmal einen Proteinshake zu dir führst, einfach mit ein paar hochwertigen Fetten, um in der Nacht auch einen stabilen Blutzucker zu bewahren und dann natürlich solche Sachen wie Blaulichtfilterbrille, generell Blaulicht meiden nachts, vielleicht bestimmte Schlafrituale schaffen, wie nochmal ein Buch lesen und auch eine dunkle Umgebung, eine kühle Schlafumgebung, ein bequemes Bett und so weiter. Hört man ja alles, wird aber tatsächlich ab 40 nochmal deutlich wichtiger, denn da ist es nicht mehr einfach so, mal im Zelt schlafen oder mal auf der Couch schlafen. Schlaf sollte für dich die oberste Priorität haben. Um deinen Schlaf optimal zu tracken, kannst du auch so einen Aura-Ring zum Beispiel zur Hand nehmen. Das ist etwas, damit kannst du die Tiefschlafphase, die REM-Phase, also die Rapid Eye Movement Phase, das ist die Phase, in der vor allem das Gehirn regeneriert und eben in der wir auch Träumen tracken und dann eben schauen, wie läuft das alles optimal. Das sind eben auch so ein paar Kniffe, vor allem auch mit der Ernährung kannst du eben deinen Schlaf maßgeblich optimieren. Das heißt, idealerweise Kohlenhydrate, wenn dann am Abend, nämlich um einmal auch Stress zu reduzieren, um die Hormone auszubalancieren, um den Schlaf zu optimieren, kann das alles Sinn machen, langkältige Kohlenhydrate vor allem abends zu nehmen. Du musst jetzt nicht jeden Tag Kohlenhydrate essen, aber jeden anderen Tag oder auch nach dem Training zum Beispiel können auch Kohlenhydrate extrem viel Sinn machen. Das heißt, verbanne Kohlenhydrate nicht unbedingt aus deiner Ernährung. Du kannst mal eine Phase Keto machen, dann aber wieder eine Phase Low Carb, dann wieder mal Keto oder eben einfach wirklich im Einklang mit deinem hormonellen Zyklus drei Wochen Keto, eine Woche Low Carb und tatsächlich auch ab und an mal Fasten. Training ist wichtig, haben wir schon gehört. Bei Stress ist das Training aber nochmal ein bisschen extra anzupassen. Also wenn du viel Stress hast, dann solltest du das Training auch entsprechend anpassen, indem du auf jeden Fall Krafttraining machst und auch schwere Gewichte nimmst, Übungen in niedriger Wiederholungszahl, aber tatsächlich vielleicht nicht so lange Einheiten, sondern eher kürzere Trainingseinheiten und tatsächlich so High-Intensity-Workout oder lange Cardio-Einheiten, die lieber lassen, denn diese stressen den Körper nur noch zusätzlich. Das bedeutet eher auch ausgleichenden Sport machen, wie Yoga, spazieren gehen, ganz entspanntes, lockeres Laufen, um wirklich eher die Entspannung zu triggern, dafür besser am besten spazieren gehen, statt jetzt joggen und keine langen Ausdauereinheiten oder wirklich intensive Trainingseinheiten machen. Dann kannst du eben auch zum Beispiel mit dem Cordyceps entgegenwirken. Das ist dieser Pilz. Rosenwurz ist auch eins der super Antistress-Supplemente. Magnesium natürlich, Zink, das sind alles so Supplemente, die einfach die Basics sind, Vitamin D. Damit kannst du eben schon sehr, sehr viel gut tun und sehr viel deinen Körper unterstützen. Ab 40 ist nicht alles verloren, mach dir darüber keine Gedanken. Ab 40 kannst du auch abnehmen, es ist immer möglich, aber eben die Hormonbalance spielt eine Rolle. Die Hormone müssen eben balanciert sein. Das Training muss passen, Stress muss passen, Schlaf muss passen. Es gibt also viele Faktoren, aber tatsächlich ist auch ab 40 eine Zeit, in der du vielleicht sagen kannst, okay, ich nehme mir auch mal ein bisschen mehr Zeit für mich. Wenn die Kinder in der Schule sind oder vielleicht sind die Kinder auch dann schon bald aus dem Haus, wenn du schon älter bist, dann kannst du sagen, jetzt nehme ich mir Zeit für mich und priorisiere tatsächlich meine Gesundheit und mein Wohlbefinden und dann kannst du auch noch jenseits der 40 deine körperlichen Ziele erreichen. Und wenn nicht, Wohlbefinden, Gesundheit hat immer Priorität Nummer 1. Das bedeutet, es geht immer um Gesundheit, um Wohlbefinden vor der physikalischen Veränderung, vorm Follows Function, heißt es auch so schön, das heißt die Funktion deines Körpers, die Funktion gesundheitlich gesehen und auch, dass du dich bewegen kannst, dass du wirklich auch dich wohlfühlst, dass du gut schläfst, dass du den Stress minimierst. Das sind alles wichtigere Punkte, die Form kommt dann wie von selbst. Ich hoffe, das Video hat dir irgendwie gefallen und ein bisschen auch geholfen, vielleicht ein paar Tipps an die Hand gegeben, was du machen kannst. Es ist tatsächlich nicht so schwer und es gibt ganz, ganz viele Zeitschriften, die alles Mögliche erzählen, aber glaub mir, hier sind echt die besten Tipps aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich weiß zum Thema Hormone, die eben auch tatsächlich, wenn wir älter werden, durcheinander kommen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da, kommentiere mir gerne deine Gedanken und Fragen unter dieses Video. Ich helfe dir sehr, sehr gerne weiter. Wie gesagt, muss man sich das auch immer individuell anschauen, aber ich habe auch ganz viele Coaching-Kunden, die einfach zu mir kommen und die auch älter sind als 40 und die halt sagen, hey, okay, ich möchte jetzt was machen und da schaffen wir es eben auch, dass sie abnehmen, dass sie ihre Ziele erreichen. Also es ist möglich, sag niemals nie und lass dich vor allem von solchen Sprüchen wie ab 40 geht es abwärts oder ähnliches einfach nicht verunsichern. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinschaust, abonnier den Kanal, damit du auch immer aktualisierte Infos bekommst, wenn ein neues Video von mir erscheint und ansonsten wünsche ich dir was und dann bis ganz bald.